Warst du schon mal neu in einer Gruppe und konntest sofort mit anpacken? Warst du mal in einer Gruppe, in der alle zusammen Verantwortung tragen, anstatt dass zwei Leute alle Arbeit schultern? Mit dem Werkzeug, das wir in diesem Video zeigen, könnt ihr neue Leute unterstützen, schnell aktiv zu werden, Platz machen für verschiedene Arten mitzumachen und Aufgaben und Verantwortung klar verteilen. So baut ihr eure Gruppenstärke und Fähigkeiten immer weiter aus. Legen wir los! Viele Gruppen im Aufbau erleben, dass neue Menschen zu einem Treffen kommen und dann nie wieder. Das kann unter anderem daran liegen, dass neue Menschen nicht herausfinden, wie sie mitmachen können. Undurchsichtige Gruppenabläufe können wie eine Barriere wirken. Sie verhindert dann, dass Menschen aktiv und Teil eurer Gruppe werden. Aber wenn ich weiß, welche Aufgaben es gibt und ich sofort etwas Konkretes tun kann, um zu helfen, komme ich eher wieder. Nutzt diese einfachen Kreise der Teilhabe. Mit den Kreisen zeigt ihr eure Aufgaben und zum Beispiel die Zeit, die Aktive dafür brauchen. Um bei einem unserer Aktivitäten mitzumachen, brauchst du vier Stunden im Monat. Wenn du sie mit vorbereiten willst, brauchst du zwölf. Wie viel Zeit kannst du einbringen? Aufgaben brauchen natürlich nicht nur unterschiedlich viel Zeit, sondern auch unterschiedlich viel Erfahrung. Du kannst sofort helfen, das Material zu transportieren. Um ein Gruppentreffen zu moderieren, brauchst du zuerst ein Moderationstraining. Ihr könnt die Kreise auch nutzen, um zu zeigen, welche Arten von Entscheidungen es gibt und wer wo mitentscheiden kann. Manche Entscheidungen haben größere Folgen für die Gruppe als andere. Das verstehen alle. Du kannst sofort ab dem ersten Treffen über die nächste Aktion mitentscheiden. Wenn wir Abläufe in unserer Gruppe ändern, entscheiden alle, die schon bei vier Treffen mitgemacht haben. Die Botschaft dabei ist wichtig. Sie ist nicht, dass alle Aufgaben so schwierig sind und dass deshalb ein kleiner Kreis entscheidet, sondern Du bist herzlich willkommen und hier sind alle Dinge, bei denen du gleich jetzt helfen kannst. Wenn du vier Wochen dabei bist, freuen wir uns sehr, wenn du mehr Verantwortung übernimmst. So werdet ihr immer mehr Leute, die immer mehr machen und können. Und so einfach macht ihr die Kreise für eure Gruppe. Macht eine Liste. Welche Aufgaben gibt es in eurer Gruppe? Schreibt alle Aufgaben auf. Überlegt für jede Aufgabe, was brauchen Aktive für die Aufgabe. An Zeit, Vorbereitung oder Erfahrung. Ordnet dann die Aufgaben mit der Information in die Kreise ein. Je mehr Zeit, Vorbereitung, Erfahrung nötig ist, desto weiter nach innen. Schon fertig. Basisarbeit und Gruppenaufbau in sozialen Bewegungen heißt, sich gegenseitig zu unterstützen, Verantwortung zu übernehmen und Dinge auszuprobieren, die wir uns sonst nicht zutrauen. Und ja, wir können das auch für Leute machen, die neu dabei sind, bis sie die Abläufe und Aufgaben genauso gut kennen wie wir. Ziel ist, dass jede neue Person möglichst direkt einen Teil der gemeinsamen Aufgaben übernimmt, dass es Aufgaben für Menschen in unterschiedlichen Situationen gibt, dass die Verantwortung mit der Zeit wächst und dass die Arbeit gut auf viele Schultern verteilt ist. Ihr habt noch andere Ideen, wie ihr neue Leute unterstützt, Verantwortung zu übernehmen? Oder benutzt ihr andere Bilder, um eure Aufgaben und Abläufe leicht verständlich zu machen? Schreibt uns in den Kommentaren. Ihr wollt mehr darüber wissen, wie ihr offene Gruppen aufbaut? Schaut unsere Video über vielfältige und inklusive Gruppen. 1 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020